In dem folgenden Video werden wir ein paar Testfotos in 4K Auflösung sehen. Sie wurden mit Sonys hervorragendem Sonar T-Stern FE 35mm F2.8 Vollformat E-Bajonett Objektiv aufgenommen. Dieses leichtgewichtige Objektiv eignet sich für Straßenfotografie und auch bestens auf Reisen. Es wird mit mehrsprachigen Bedienungsanleitungen geliefert. Auch eine individuelle Seriennummer liegt bei, es wurde vor Auslieferung manuell geprüft. Sein Staub- und feuchtigkeitsabweisendes Design wird auch von dem inneren Wert einer Blende mit sieben Lamellen für nette Unschärfe-Effekte reflektiert. Der Objektivdeckel wurde aus zwei Teilen hergestellt. Er kann als Objektivdeckel und auch als Gegenlichtblende verwendet werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020